Zu einem interessanten Fußball-Freundschaftsspiel kam es am Samstag auf der Brugger Murinsel. Das Ärzte-National-Team traf auf eine österreichische Auswahl der Bandaschisten. Beide Teams hatten sich für dieses Spiel einiges vorgenommen. Der Norbert Erker ist der Kapitän vom Bandaschisten-National-Team und ihr seid heute hier in Brug. Spielt ihr ein liebes Match gegen das Ärzte-National-Team gegen das österreichische? Eine gute Sache, glaube ich. Das ist eine sehr gute Sache, weil das machen wir eigentlich jedes Jahr. Wegen Corona haben wir natürlich ausgesetzt. Jetzt freuen wir uns, dass wir diesen schönen Platz in Brugger Mur auch bekommen haben. Da dankt man natürlich auch der Gemeinde, dass das uns zur Verfügung gestellt worden ist. Vielen, vielen Dank. Und es wird sich ein nettes Match und ich bin überzeugt, dass sich die Ärzte hoch durchsetzen werden im positiven Sinne. Und wichtig ist natürlich das Zusammensein und ein bisschen das Gesellige. Eigentlich geht es hauptsächlich nur um das sozusagen, dass man sich wieder gemeinsam trifft sozusagen. Natürlich mit dem gewohnten Respektabstand für Corona. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch hier einhalten. Der Christian ist der Kapitän vom Ärzte-National-Team vom österreichischen. Ihr habt so heute ein heißes Match. Ja, wir freuen uns schon extrem auf das erste Match wieder. Nicht nur die Sonne saß, sondern hoffentlich auch das Match. Unsere Gegner sind aus Kärnten die Bandagierungsfirma OFA. Wir sind gespannt, wie es uns geht heute am ersten Tag wieder. Sind Sie ein bisschen hintrainiert für das? Ja, jeder allein, aber gemeinsam als Team sind wir das erste Mal wieder seit circa einem Jahr gemeinsam am Platz. Und schön ist es, wenn man da wieder neue Leute kennenlernt und ein bisschen zusammensitzt. Auf alle Fälle, das gehört dazu. Und wir freuen uns auch schon auf die Kollegen von der gegnerischen Mannschaft, dass man wieder einmal ein bisschen einen Austausch hat. Auch von uns aus ganz Österreich sind heute neue Kollegen da. Und wir freuen uns auch schon, die kennenzulernen. Sagen wir mal, das ist die Einstimmung zur Europameisterschaft. Ja, könnte man so sagen. Ich hoffe, dass wir heute gewinnen. Wir werden dann im Juni sehen. Aber nun zum Spiel. Beide Teams tasten sich erst einmal ab und sind bestens motiviert. Dem in Rot-Weiß-Rot spielenden Ärzte-Nationalteam gelingt mit einem frühen Tor in Minute 7 gleich der Führungstreffer, der Torschütze Mario Gruber. Die Bandaschisten kommen darauffolgend auch zu guten Möglichkeiten. Robert Mezzi war im Tor der Ärzte, kann bei diesem Schuss aber parieren. Das Ärzte-Team hat den Hebel in die Hand genommen, erarbeitet sich gute Torchancen. Florian Altenberger verhindert da aber gekonnt. Doch dann erhöhen die Ärzte auf 2 zu 0. Roland Arnitz hat den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbringen können. Der Christopher König ist ja da bekannt im obersteirischen Fußball. Du spielst heute beim Ärzte-Nationalteam. Das ist ein neuer Ruin für dich. Ja, da hast du recht, Peter. Es freut mich. Ich habe ja, wie du sagst, länger in der Obersteirung Fußball gespielt, vor allem in Baneck. Und seitdem ich aufgehört habe, weil ich zum Arbeiten angefangen habe, eben in Graz unten, hat sich die Sache ergeben, eben mit unserem Kapitän, der bei mir eben im gleichen Haus wohnt, dass ich da beim Ärzte-Nationalteam anfange. Und ja, das ist ein super Ausgleich neben einem Beruf und nicht ganz so intensiv wie damals in Baneck. Wobei, ob es intensiv sein wird, werden wir gleich sehen, weil ich bin ja das erste Mal dabei. Und heute und das genau gleich im Brug, das ist ja für mich sowieso ein Trauma. Ja, und wie ich dich kenne, ehrgeizig natürlich. Du strebst natürlich einen Sieg an. Absolut, absolut. Schauen wir mal, was möglich ist. Großer Platz, schönes Wetter. Aber wir freuen uns, dass wir nach so einer langen Zeit wieder mal kicken können. Die Sabine betreut die Bandagisten, hält die Daumen natürlich, aber es schaut nicht so gut aus mit dem Spielstand 2-0 für das Ärzte-Team. Das stimmt im Moment nicht, aber sie sind mit Herz und Leidenschaft dabei. Und sie sind schon doch ein bisschen älter als die andere Kuppen. Das muss man schon so sagen. Dafür sind sie sensationell. Und das macht Spaß. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Gefühl, wenn man so von hübschen Männern umgeben ist. Und wie. Da fühlt man sich wieder jung. Das ist in meinem Alter auch schon ganz fein. Beide Mannschaften legen ein ordentliches Match auf den Rasen. Schlussendlich gewinnt das Ärzte-National-Team mit 4 zu 1. Es hat beiden Teams gut getan, nach der Corona-Pause wieder einmal zu kicken. Beim Ärzte-National-Team war ein Spieler aus allen Bundesländern vertreten, nur Vordelberg war nicht dabei.